Hallo meine Freunde des gefärbten Haares. Heute sprechen wir über das Color Protect Treatment. Das Color Protect Treatment ist eine Intensivpflege, die dein Haar repariert und schützt. Ganz interessant natürlich dann, wenn du gefärbte Haare hast. Denn der Sonnenblumextrakt, der hier drin enthalten ist, schützt dein Haar vor dem Verblassen. Dein Haar bekommt Feuchtigkeit, Glanz und Geschmeidigkeit. Das alles kannst du natürlich optimal erzielen, wenn du dem Color Protect Treatment eine Einblickzeit von 1 bis 5 Minuten in deinem Haar lässt. Dadurch hast du optimale Ergebnisse. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Color Protect Treatment. Love, Peace and Happiness. Bis bald!